Musik Hallöchen, ich bin heute wieder die Glücksfee Und habt ihr eine Ahnung wo wir heute sind? Ich stehe hier in Kuhnewalde vor unserem Jugendtreffen Aber wie ihr hört, wir sind an der Straße Kommt mal mit, wir suchen uns mal ein ruhigeres Fleckchen Ich habe jetzt hier an der Rückseite des Jugendtreffs ein ruhiges Plätzchen gefunden Und natürlich möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten über Kuhnewalde erzählen Wir sind hier in Kuhnewalde im schönsten Tal der Oberlausitz Und natürlich hat Kuhnewalde die größte Dorfkirche Das habt ihr bestimmt schon mal gehört oder wart vielleicht sogar schon mal selber drin An Tagen wie heute, wo es echt warm ist, könnt ihr auch ins Kuhnewald nach Freibad gehen Das ist gleich hier um die Ecke Oder wer es etwas schlammig und matschig mag, dann bietet die Autokrossstrecke am Matschenberg in Kuhnewalde Das macht ihr natürlich viel Spaß und eine gute Freizeitmöglichkeit Kommen wir jetzt gleich zur Verlosung aus dem Monat Mai Es ging hier um die Schulsozialarbeit und die Frage war Wie viel Wichtellogos ihr in dem Video erkennt Und wie ihr erkennt, haben das sehr viele gewusst Und ich greife jetzt einfach mal in meine Losbox rein Und wähle ein Los aus Und Achtung, die Spannung steigt Drommelwirbel Gewonnen hat Der Benedikt Herzlichen Glückwunsch, Benedikt Und wenn ich hier hinter mich greife Haben wir hier unsere Geschenktüte Mit deinem Gewinn Du gewinnst einen Wichtelgutschein im Wert von 20 Euro Was du damit machen kannst, für was du diesen einlösen kannst, steht alles drauf Ansonsten frag uns einfach Und ich werde dir eine E-Mail schreiben, du meldest dich bei mir Und dann bekommst du diesen Gewinn Also nochmal herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit Und wir sehen uns beim nächsten Mal Tschüss!